Willkommen, moin moin, liebe Damen und Herren und alles andere, wir wollen ja nicht so sein. Äh, ja, euer 1, neues Black, aber ich weiß nicht, ist hier was, was ist hier? Das ist scheiße, ne das will ich nicht, tschüss. So, Planetarium, ist das schon mal? Das ist schmackhaft. Wollte nur einen Schlüssel, okay. Äh, ja, was soll ich sagen? Neue Grunde, neues Glück. Bin super entspannt, Leute. Bin sowas freigestellt. Ähm, lassen wir, wir lassen den mal ausfallen. Und machen hier die Bombe hin und hoffen, dass ich beides freisprengen. Sehr gut. Ja, dann will ich mal luren im Planetarium. Hm. Hm. Weißt du was? Mit. Wir nehmen alle einzeln auseinander hier. Jetzt, 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 15 schon voll. Sehr gut. Gut, hier unten könnte Secret Room sein und, äh, muss ich hier? Ich sag, ihr könnt. Hm. Zum Protokoll. Das Positive an diesem Item ist ja, dass, äh, nach dem Bossfight alles, ich weiß gar nicht, ob das alle sind. Auf jeden Fall werden Secret Booms aufgedeckt. Schneller. Gut. Äh, äh, Champion, why don't, please, go away. Oh, da war ich zu, äh, ne? Da kommt er ja. Rata. Ich bin wohl ein, etwas abstoßend. Oh, das könnte gut sein für ein Tier sein. Da ist der Sieg. Ach, ich hab gar keine Bombe mehr. Mäh. Mäh. Alter. Die klatschen ja einfach, schau. Ich krieg dann ja auch noch ein Damager, ne? Hm. Oh manch. Und jetzt sind hier 10 von 10. Alter, nö. Okay. Ich bin ehrlich. Hab mir erwartet. Ich bin ehrlich. Hab mir erwartet. Jetzt hab ich nur noch. Oh, jetzt krieg ich Bombe oder Schlüssel. Bombe oder Schlüssel. Okay. Aber immerhin. Geht's weiter. Weiter. Okay. Okay. Genau. Oh, übersehen. Ha. Ha. Sehr gut. Ich muss Münzen brauchen. Sehr viele. Für den... Ist das gut? Egal. Eigentlich nicht. Oder? Das ist ehrlich gesagt. Oh, doch. Das ist gar nicht. Control. Cloud Control. Hey. Das ist gut. Ha. Zu langsam. Ich nehme die mit. So. So nämlich. Ich nehme die mit. Blöder Hei-Upe, ey. Komm! Da herrscht ein bisschen Konzentration. Ich war kurz verwirrt. Nehm ich die Bomben nur mit? Das wäre echt eine Frage. Oh, ich sollte die Münzen mitnehmen. Ja, ich wollte eigentlich, aber... Ja, wie das liegt. Mal wieder. Ja. Bisschen auf die Uhrzeit achten. Muss ja bald wieder weg. Ne? So. Wie viel? Jo. 10 Minuten im Spiel. Ey. Das ist weg. So. Danke. Vielen Dank für die Bombe. Vielen Dank für die Bombe. Vielen Dank für die Bombe. Ich dachte so easy. Einmal mit der Flamme drüber. Das ist alles rettig. Aber... Nö. Wo ist er? Hier halten die viel aus. Alter, warum war das kein Glücksbanny? Wo ist denn so klein sein? Nööööööööööööööööööööö quit! und fühlen war dank damit bringe ich mich selbst und das war sie jetzt schon da hinschießen wo du möchtest und dann nägel immer gut da marsch ab was ist denn los hier weiß ich mal zu sagen wer ist es ich bin schuld der gut gehe ich mit oder ich gehe ohne das könnte aber es war gut ich habe kein kein geld mehr dann 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 ich habe mehr schlüssel als bomben also werde ich Oh, das war dumm. Oh, das war dumm. Warum habe ich das gesagt? Ach so, jetzt weiß ich wieder genau. Wisst ihr auch, ich werde alt. Wenn ihr die hier, wenn die liegen bleiben, hätte man ja noch mit den Münzen, die da liegen, so wie mit den drei, das werde ich jetzt auch direkt mal versuchen, versuchen können, die die Angel-Deal-Chance zu erhöhen, indem ihr hier auf die... Kritt. Ne? Da steht er. Da hätte ich jetzt gut was mitmachen können, aber ja. Manchmal bin ich recht langsam mit meinem Kopf. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie viele Tabs man da braucht. Ist hier noch was? Ne, da ist nur der. Aber ist ein Live-Up. One-Up. Sehr gut. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja. Alter, bin ich Matsche. Ja gut, zwei Prozent immerhin haben es besser als auch. Also, ne, Kleinvieh macht auch Mist. Was lade ich heute? Stocknüchtern und so Bullshit. Was ist da los? Darf ich das überhaupt, darf ich das hier haben? Ne, Brutz? Nein. Nein, alles gut. Das ist ein Auge. Von einem gelben Blob. So, wer ist denn? Ja, Mark. Do what you want. Das war ja klar. Ah, geht's in der Klinik. Weiter. Muss laufen. Wo sind wir? Ein, zwei Chancen habe ich noch. Ah, ich glaube, ich bin blind. Hm. Oh. Blümel. Äh. Oh. Was ist denn groß? Erstens, ich brauche eine Bombe. Zweitens. Ich brauche eine Bombe. Drittens. Wenn das hier so weiter geht, kriege ich gleich. Nehme ich das? Komm, wir hoffen da drauf. Das ist... Oh, komm. Sehr gut. Das ist... Sorry, Meg ist. Hello, Fly. Schön. Oh, sehr gut. Ja, kann man sich eher nicht beschweren. Das war solide. Das war solide. Gar nicht. Das war ein Fliegen. Genau. So. Nee, nee, nicht ihr. Mach komische Faxen hier. Schwing, schwing. 99. Jetzt ist mir alles egal. Ich nehme den Shop mit. Nee. Ich bin gerade sehr zufrieden, dass ich das mitgenommen habe. Also wirklich sehr zufrieden. Das habe ich geahnt. So. Ah ja, genau. Nehme ich mit. Eine Bombe. Bisschen wenig, aber... War hier noch eine drin? Nee. Hm. Oh, da ist ja auch noch der... Ein... Mini-Boss... Ding. Und das war es hier aber. Immerhin ein bisschen scharf. Gib, gib, gib. Gut. Was haben wir hier? Schlüssel. All righty. Probier ich es aus. Yes. Ah, natürlich. Natürlich. Entschuldigung, Glümel. Dankeschön. Du auch. Du auch. Muss auch weg. Du auch. Ah. Das war solide. Würde ich behaupten. Gut, das war ein Scheiß-Challenge-Raum. Aber warum nicht? Gut, ich habe... Den Schlüssel habe ich komplett. Dann müsste gleich Mom kommen. Ja, müsste nicht. Kommt gleich. Ich will mal gucken, wie viel Zeit habe ich noch. 17. Ja, mach mal. Die Bombe anlöten. Ich bin doch angewiesen. So. So rennen wir einfach mal durch. Also wir versuchen es natürlich. Oh. Ach. Ach, ich kann... Ich sehe das manchmal nicht, wenn ich... ...wann nicht fliegen kann und wann nicht. Wo ist er? Komm. Sehr gut. Ich muss schnell zum Muddy. Muddy! Und unterwegs muss ich dir auch noch den... ...Fur-Card. Und unterwegs ist es... ... ... ... ... ich habe nur eine frage das ist nicht das ist scheiße schade egal macht das so richtig übersehen ja 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 das ist nicht so mega crazy aber das ist zu stark ernsthaft das ist doch unnormal das habe ich gesagt er mit ab immer gut strom strom stark das ist strom stark jetzt würde er auf genau genau benutzen ich brauche auch mal nicht ich glaube das wäre echt gut dass ich das mitgenommen habe das ist das ist das ist Ich weiß vom Kopf, oder was? Was ist hier? Habe ich genug Benunzen dabei? Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass es so einen richtig dämlichen Fehler macht. Boah. Boah, das hat sich nicht mehr gelohnt. Boah, das hat sich nicht mehr gelohnt. Ja, was, ha? Scheiße. Da können die mal echt, äh... Junge. Da könnt ihr mal schreiben, ob ihr das, äh... Also, ich habe es ehrlich gesagt nicht gedacht. Komm, bitte ne... Nicht gedacht, dass es so stark ist. Die werden weg-rationalisiert. Äh. Nicht du. Nö. Oh. Ich sagte natürlich... Oh, ja, gerne. Wenn ihr euch fragt, warum nehmt ihr das nicht mit? Ganz einfach, ihr könnt damit euer einzigen Bein Leben verlieren. Das ist nicht das, was man möchte. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Aber gut. Weil dann... Ne, ne? Ne. Keine... Kein Luck-Up. Kein Luck-Up. Mal schauen. Wie es weitergeht. Jetzt würde mich ja interessieren, wie lange Hasch überlebt. Weil wenn er in seiner eigenen, in dieser Säure-Suppe steht. Säure-Suppe. Äh, ja. Ist ja der Wahnsinn. Hey, mach auf. Hm. Okay. Okay. Nee. Nee. Äh. Äh. Oh, das nervt. Sowieso können die nicht einfach hier eben kurz... Das sind, glaube ich, die beschissensten Gegner im ganzen Spiel. Echt. Vielleicht habe ich es noch nicht gerafft, wie man die triggert. Aber das ist so nervig. Wie, also... Ich weiß nicht, was dieser... Der Dude sich dabei gedacht hat. Der das... Der die erfunden hat. Aber der gehört einfach nur von Google. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Ich bin... Ich bin wieder. Das Spiel lässt du nicht noch nicht vorbar. Oh, Junge, Junge. Das ist geschenkt. Oh Gott. Okay. 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 ... gut und der will die schlüssel diese jesse heißt es zwei münzen da lohnt nicht gut hier sagt gefällt mir sehr hasch habe ich gar nicht ne entschuldige da muss ich mal eben hier recherche betreiben das ist aber boss wasch was soll das einmal wollte ich zeig mal hier das soll das gesicht von hasch darstellen diese ich versuche es wenn es nicht klappt seid ihr schuld ganz einfach ich gehe all in heute all in vielleicht aber ich gehe eher von nein was soll ich damit okay ähm wird ja immer besser ich hätte es lassen sollen ja 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 mutter schön okay lego oh ich habe eine Nachricht äh ist es gut ich weiß es nicht so haschi boy okay okay die sind verzerrt alles gut ja panik macht sich dezent breit jetzt kommt er mit seinen komischen fuck ich bin wieder so langsam ne oh oh ah ah haben schon okay das ist geschäft easy soul of the keeper na perfekt easy was ist denn da los war doch klar dass ich das schaffe aber ich habe gerade eine schluss oder mehr auch cool das ist selten kann man mal machen ne äh ja nehme das mit auf jeden Fall und dann versuche ich den hier noch zu snaggen hat nicht geklappt weiter aber nicht delirium das dafür fühle ich mich nicht bereit genug ganz ehrlich versuche ich die Ich habe gar nicht gesehen, was er war. Es war auf jeden Fall kaputt, dann auf einmal. Was passiert? Wir sterben. Gut. Nein. Was sind denn hier, Himmels? Gut. Okay. Let's go. Äh. Ja. Natürlich war der gerade ein Zehner. Irgendwas wurde da, hat er gerade geblockt. Spuckt der Geld aus? Gut. Ja, das ist. Entdecke ich. Ah. Oh! ich bin ehrlich ein bisschen nervösität ist doch aber sieht richtig gut aus ich krieg das herr das ist ja im mason ich finde es so witzig leute das glaubt nicht fliegen sie fliege acht das hätte ich auch versuchen kann so ne mama alles ich bin mir nicht Das ist super! Lehmann, Lehmann Von dem bin ich ja Riesen-Fan, ne? Weißt du was? Ich weiß noch nicht mal, ob ich gleich... Ob ich gleich, äh, gegen... Ob ich gleich Delirium bekomme, deswegen setze ich die jetzt ein. So, jetzt, ne? Was muss ich hier denn hier? Wieder weg. Oh, ich habe nicht so gern wie Fußgänger. Es ist mir auch nichts verkönnt. Ein... Feuerzeug. Cool. So. Nein, nein. Das war verkehrt. Der macht Schaden? Das wusste ich... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Komm, komm, komm. Bitte nicht, bitte nicht drehen, bitte nicht drehen, bitte nicht drehen, bitte nicht drehen. Oh, komm. Leben, leben. Nein. Nicht jetzt. Äh... Ich hätte gerne... Ich hätte gerne... Ich weiß, dass jemand regrationalisiert. Äh... Ja. Halt. Lass das... Lass das einfach nichts machen. Genau. So. So ist richtig. Halt. Ey. Ich glaube, das war's. Ich hätte mal versuchen sollen, The Lamb zu killen. Aber gut. Habe ich nicht geschafft. Und somit... Sage ich mal... Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.